und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800 wir haben das letzte Mal keine Ahnung was gemacht Ah genau Handwerker genau wie er es jetzt kommt alles wieder doch nicht Alzheimer ähm wir können jetzt die Expedition auf der Brücke mit denen da genau ich lote sie von hier bis zum Abgrund am Ende der Welt so Navigation habe ich dann so Geschick Rede und Rationen ja und nochmal kurz gut beginnen so dann werden wir nämlich bald die neue Welt erkunden weil das darf man nämlich nicht zu ähm zu spät machen weil sonst haben die anderen äh anderen ähm Leute hier das ganze das ganze also die ganzen Inseln da schon äh unter sich aufgeteilt so wie wie sieht es eigentlich hier aus ähm Paprika und Rindfleisch ist ganz gut also wird langsam hochgepusht ähm ich will aber noch mehr das sind jetzt vier und Rindfleisch das ist Hopfen genau hoffen geht er ziemlich gut hoch wir helfen wo wir können die hat nur zwei okay das ist nicht ganz so gut dann brauchen wir Schiff vom Stapel gelaufen auch sie mal erinnern ein Schiff erster Klasse okay äh da brauchen wir einen Freakart der 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 Klang der der Klang gerade ein bisschen nach ähm ähm äh nach Terence Hill bei ähm ähm bei Rio ein letzter Blick also äh der der schwule Bruder oder also nicht schwul sondern der hochnäsige Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht wie ich dachte ähm ja äh nee ähm kaum mehr als eine kleine Notlüge war das jetzt schon Zensur oder bloß Politur wer kann es schon sagen aber wieso geht es gerade runter Spitzel und Gehirnwäsche Sie müssen stolz auf sich sein ja ist ja gut willst es weit bringen was minus äh 100 habe ich gerade ähm ähm gut aber das wird sich bald verlassen also äh Handelsgute so und zwar zwischen dem da und äh dem da und du nimmst äh Hopfen rein du nimmst äh Rindfleisch und du nimmst Paprika und natürlich alles äh äh so äh neue Route nenne ich ähm Hopfen äh Rindfleisch Paprika 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 cool neue Befehle neue Befehle und das klappt jetzt oder ja super so und äh nach dem zweiten Mal äh werden wir hier dann anfangen ähm zu bauen zu bauen ja jetzt hm okay und zwar Konserven ich brauche Eisenmine Okay 1,30 okay äh Gulasch äh 2 Minuten brauche ich für Gulasch ähm was ist hier? wie geht das Material aus Eisenmine da war hier ein Schiff und der Beschuss neuer Befehle jeder Einzelne wird gehört werden sie sind achtsam gut gut äh jetzt muss ich da 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 eigentlich ne neue Eisenmine so und da Lagerhaus dann dürften die unten jetzt auch bisschen mehr bekommen ich könnte ja auch Glas wieder ein bisschen also ein bisschen höher machen äh also die die Dinge pushen aber das das mache ich ja später äh Bier brauche ich warte 1,30 und 30 Melzerei Getreide wie sieht es denn mit meinem Getreide aus ganz gut eigentlich ganz gut ganz gut dann kann ich ja ja von also dann brauche ich ja ähm keine dann brauche ich keine 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 Getreide selbst haben weil dann kann die Melzerei einfach zum Lagerhaus gehen so und das mache ich nämlich hier Spielstand gespeichert so und dann eine Minute schneller dann mache ich gleich mal hier noch ein Lagerhaus daneben versteckt die Flaschen der Bosch kommt so jetzt habe ich aber richtig Problem wir drehen hier okay 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 ähm gut dann äh schau ich mal wieso habe ich eigentlich jetzt so ähm Ihre Hilfe ist immer willkommen gut ähm na das gibt dem Leben doch gehen Sie beweisen Sie sich wie wäre es mit einer Hand wäscht die andere okay es ist nur ein kleiner gefallen okay das werden wir dann sehen also zerstören Sie eine Fregatte und liefern Sie 14 Tonnen Segel das können wir durchaus tun 1 1 neu ist das habe ich ja gleich so um also die da können wir auch alle hat auch still legen dann sehe ich mal nach den Kleinen beziehungsweise ähm heute haben wir auch zufällig zufällig so so hmm hmm also 2500 habe ich jetzt nicht mehr dann gehen wir mal mit dem mit dem etwas äh runter hoch 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 hoff hoff kann nun dieser rei brauche ich gerade auch nicht immer noch minus 180 mh mh hier die die gar nicht können weil da habe ich 200 das ist super ich glaube da haben wir gerade so die Kurve gekratzt Bier dürfte jetzt auch bald dann haben wir hier auch um zufriedenheit Plus und dann bekommen wir auch mehr mit dem Kuhl hier also das läuft auch ziemlich der wir schon erwähnt die hier eine Frigate zu zerstören nicht so leicht Fregatten sind halt schon ein bisschen heftiger aber ich habe eine halbe Stunde sehr viel Zeit das ist schon gut wir können jetzt noch mal bisschen updaten und zwar Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht jetzt können wir auch anfangen mit zu und rum und sowas aber das ist das rum dafür brauchen wir 700 so es geht so zu stellen so super da schau ich mal kurz es ist nicht lang her da hätte ich das melde dich wenn du damit fertig bist so es ist so die 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 Kohle ist hier ja krass. Also gut, Jungs. So. Gut. so viel haben die gar nicht kosten die ja gar nicht oder doch okay jetzt geht es wieder runter ich muss mal kurz schauen ob ich mir das jetzt noch leisten kann jetzt geht es wieder gut was immer sie sagen muss ich bin dabei mein leben ist halb geliebt so ist immer noch zu wenig ja da muss ich noch mal kurz schauen die brauchen 30 minuten und die also noch mal zwei und jetzt habe ich ja zu wenig arbeiter ja komm schon die in die wachsen jetzt auch wieder mit erwartet man muss wir helfen wo wir können genau das macht er so 21 äh bretter und ein stahl so nein gut aber jetzt brauche ich wieder ein bretter jetzt geht es ja wieder und da jetzt geht es wieder hierher das brauchen die Okay. Hopfen. Nichts. Sorry. Ah, wie schnell das geht. Also, das geht jetzt echt schnell, dass alles runtergefahren wurde. Das Lager ist voll. Ja, Hals ist voll, das stimmt. Stimmt, äh, ups, 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 scusi. Ähm, die... Die können wir ja, ähm, pausieren, weil ich hab noch 200 Stämmel zuhause. So, das ist gerade, äh, so ein krasses Auf und Ab. Mir fällt mir gar nicht viel. Kohle. Ach, ich dachte Eisen. Ach, ich bin doch ein Idiot. Ähm... Ja... Da brauch ich noch ne Köhlerei. So, Fregatte soll ich zerstören, aber da brauch ich, äh, selber Fregatten. Ähm... Und die einzige Fregatte, die ich gerade hab, ist... Das königliche Brauchstück. Warte, hier können wir ja auch... Alle einschläfern. Wie das klingt, also, äh... Ihr wisst schon. Ähm... Hier auf jeden Fall... So... Beziehungsweise, die, die können wir ja... Machen, aber auf... Minus 50%. Und die da, auch. Achso. So. Hier geht's euch. Kornkammern sind bis zum Wersten geführt. Das ist gut. Schnaps. Ja, Schnaps bekommt ihr nicht. So, ich könnte mal... Ne, könnte ich nicht. Also ich habe gerade überlegt. Ich habe... Das hat 10.000 gekostet. Sie haben da etwas für mich, nicht wahr? Äh, ja. Ich habe ja gerade überlegt. Sitzen Sie da nicht rum, geben Sie schon Ehre, wem Ehre gebührt. Ei. Ei. So, das Problem ist jetzt aber... Das Zerstören der Fregatte. Und dafür brauche ich... Mehr Kanonen. Oder, warte mal, irgendeiner von den Händlern... Ich werde dir hebar nicht... Hat ja... Äh... Hier... Als Kind wurde ich einmal von einer Cetan ganz quer durch den Palast gejagt. Aber nach... Oh, ich wollte gerade ein wenig durchlüften. 21.000 ist halt ein bisschen viel. Oder? Wie viel kostet die denn? Wo steht das? Na klar, 40.000, 20.000 und... 21.000. Ja, da kann ich mir... Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht leisten. Aber ich habe halt auch eine Kanone zu bringen. Wie lange brauchen die denn immer? 1.30. Ich könnte jetzt eigentlich mal anfangen hier... Das ist ja alles ein bisschen schneller... Oh. Äh... Schneller zu machen. Mit, äh... Steinstraßen. Die kosten zwar auch einiges... Aber die machen alles ein bisschen schneller... Und das ist gut. Ah, hier habe ich schon angefangen. So. Hier können wir auch alles... Rauskleiden. Ja, das ist hässlich, aber... So. Hier brauchen wir es gerade nicht. So. Ja, Steine hatten wir halt viele. Deswegen. War das ganz gut. Aber die habe ich ja jetzt pausiert, ne? Äh, wie sieht es jetzt eigentlich mit den... Mit denen aus? Oh Gott. Ähm... Also, das braucht zwei Minuten. Eisenmine brauchen wir dafür auch. Und... 1.30. Das heißt... Äh... Zwei Minuten... Also... 2.1. Also... 2.1, oder? Würde ich... Also... An... Hm. Äh... 4 Minuten und... 3 Minuten. 5 Minuten. Hm... Wer fehlt dafür? Kohle natürlich. Selbstverständlich. Kohle. Wo sind die Kohlen? Stelle. So. Jetzt fehlen mir natürlich... Arbeiter. Und jetzt fehlen mir natürlich... Bauern. Ich hatte sie so ein... Ärgerlich bisschen. Aber... Okay. Warte... Hier. So. Alle finden. Was ist schon perfekt? So. Kommen die? Ja. Die kommen da ran. Die kommen auch da ran. Super. Passt. Gut. Und jetzt... Würde ich sagen... Wir sind schon wieder... Am Ende angelangt. Und... Wir haben... Wir haben... Gerade so... Ein... Gerade so... Haben wir einen... Untergang... Ein Bankrotter unserer Insel... Bewahrt. Und... Oder abgewehrt. So. Und... Äh... Ja. Finde ich echt gut. Gut. Also... Ähm... Dann bedanke ich mich bei euch. Äh... Für zuschauen. Und... Hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Und... Bis dahin. Ja. Tschüss und ade. Bye bye. BUNTER TPR BUNTER TPR Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020